Hey VR Gamer, ich bin DeLorean787 und heute bin ich in O-Shape. Ja Leute, ein neues Rhythmusspiel, ist im Early Access seit 15. August, macht auf jeden Fall Spaß. Ich habe schon mal ein bisschen reingeschaut, ist allerdings sehr schwer. Ich spiele das jetzt erst mal ein bisschen auf easy. Vielleicht probieren wir dann noch mal ein bisschen Medium und ich tauche mal ab. So Leute, ich bin hier im Hauptmenü. Ja, wie man schön sehen kann, wir haben hier 8 Songs zur Verfügung. Wir hören uns die mal kurz durch. Wir haben hier schön ein bisschen was bunt gemischt, dass wirklich für jeden Geschmack was dabei sein könnte. Das hier ist genau mein Geschmack. Und das hier definitiv auch. Wir schauen mal hier rüber. Das ist absolut nicht mein Ding. Das funktioniert auch. Hm, das sehe ich nicht so. Ja, das kann man schon aufnehmen. Ja Leute, wir hätten hier noch Custom Songs. Ja, Moment, was steht da? Custom Songs. Early Access. Okay. Wird bald verfügbar sein. Und wir haben ein Tutorial, das wir spielen können. Aber ich spring direkt mal in einen Song rein. Und zwar auf easy. Easy. Jawoll. Und Play. So, da kommen schon die Wände und wir sehen hier jedes Mal unseren Schatten. Wir müssen uns natürlich hier genau anpassen. Oh no, das war doch richtig. Nein. Warum ist der falsch? Oh no. Hey, ging gerade noch gut. Da bestimmt ein bisschen komisch aus. Oh. Hallo. Oh. 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 das war gerade noch so hey genau richtig ich habe es gesehen so und jetzt können wir hier noch so diamanten einsammeln ja danach können wir direkt auf medium spielen ich habe sogar auf rang 100 geschafft der ist wir gehen zurück ins menü und schauen uns noch einen weiteren song an und zwar den hier auch auf easy ok let´s go ist schon ganz nice das game vor allem wir haben halt hier richtig bewegung oh yeah jetzt müssen wir hier boxen schaut sehr geil aus hat definitiv potential das game nein geschafft was haben wir hier platz 50 sehr nice wir gehen zurück ins menü schauen uns noch einen dritten song an was machen wir denn hier der war glaube ich ganz cool ne der war nicht cool der war cool ne der war absolut nicht meinst wir schauen nochmal hier wo probieren wir den mal hier mal gucken okay der schaut sehr chillig aus ne 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 Wow! Kaum redet man hier von Chilic, kommen hier so komische Figuren. Yeah! No problem here! Ich glaube den Song könnten wir sogar auf Medium mal probieren. Oh no! Beide erwischt, sehr nice! Oh ja, der macht auch Spaß. Den scheinen sogar mehrere zu mögen, wenn man es nur auf Rang 294 schafft. Ich probiere das mal auf Medium. Jetzt seht ihr mich mal jämmerlich versagen. Yeah! Yeah! Das ist schon sehr schnell. Wuh! Wuh! Oh yeah! Oh no! Da darf ich nur eine Hand hernehmen! Fuck! Wuh! Leute! Da ist der! Oh no! Wuh! Gerade noch geschafft! Bam! Bäm! Wow! Ich hab sogar geschafft Leute! Auf Rang 206! ja, wir gehen zurück ins Menü ja Leute, ich hätte gesagt, das Spiel hat auf jeden Fall Potenzial, macht mega Spaß und ihr habt hier richtig Bewegung also auf Medium habe ich jetzt schon richtig gemerkt, da geht was wenn euch das Video gefallen hat dann lasst bitte einen Daumen hoch da und vergesst bitte das Abo nicht und wir sehen uns das nächste Mal Ciao